Hallo Leute, hier ist wieder euer Haxenbayer mit einem ganz kurzen Video. Ich will euch das nicht entgehen lassen. Ich habe ein 15.000er Pack geöffnet über die Web App. Und schaut mal, wen ich hier gezogen habe. Lasst mich mal hier auf den Pfeil klicken. Es ist Team of the Year, Marquisio. Gestern erst erschienen. Wie geil ist das bitte? Ein 15.000er Pack und Marquisio flattert mir ins Haus. Sauber EA, so muss es sein. Ich freue mich gerade richtig, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Ich habe eigentlich ein Frust-Pack-Opening machen wollen. Aber aus Frust wurde Glück. Ich bin so froh. Ich hoffe, euch hat dieses ganz kurze Video gefallen. Das ist mein zweiter Blauer. Mein zweiter Blauer. Ich glaube, ich kann mich glücklich schätzen. Bleibt dabei, es werden mehr Pack-Openings kommen. Ein riesengroßes Pack-Opening ist im Anmarsch. 600.000 Münzen nur für euch investiert. Bleibt dabei, seid gespannt. Und ich sage ciao, euer Haxenbeier.